Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Draußen hört man schon... Ja, man hört sie nicht nur, man sieht sie auch. Unsere witzigen eingeborenen Genossen rumhüpfen, die uns wahrscheinlich gleich ans Leder wollen. Wir haben hier letztes Mal unser Hütchen genau neben dem eingeborenen Dorf gebaut, neben dem großen. Ja, jetzt zeigt sich, dass das eine total gute Idee war, weil irgendwie ist hier doch ganz schön Action. Wir verstecken uns mal hier ein bisschen. Und da kreischt ja doch so einiges draußen rum. Ich habe mir überlegt, wir bauen eine schöne Verenteilungslinie hier außen rum. Okay, jetzt hat sie uns gesehen, die alte. Wir bauen da auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe mir so ein bisschen schlau gemacht. Und wir haben das ganze Potenzial ja noch gar nicht ausgenutzt, was wir machen können an Baumöglichkeiten und sonst was für Blödsinn. Wir können Wachtürme bauen, habe ich auch noch vor. Oder in den Mauern so kleine Wehrgänge und... Hallo? Guten Tag. Hallo? Bitte gehen Sie runter von meinem Grundstück. Auch Sie, glatzige Lady, hinweg. Fort. Haut ab. Weg, weg, weg. Und Sie ganz besonders. Ups. Weg mit Ihnen. Ja, wie gesagt, wir bauen da noch so einiges, habe ich mir überlegt. Wenn denn der Wald ausreicht, also wenn wir genug Holz dafür bekommen hier. Und wenn wir nicht allzu weit latschen müssen dafür. Das ist nämlich... Und da hüpft einer auf dem Baum rum. Da oben sitzt auch noch einer. Da ist einer und da hinten auch und da ist der. Und da kommt die glatzen Lady. Wir machen sie fertig. Komm. Komm her, du. Komm. Na, komm. Noch einer? Na, komm her. Okay. Das sind aber ganz schön viele. Ich muss kurz hier rein. Das wird spaßig, wenn wir hier eine richtig schöne Mauer haben. Wie viele sind das denn bitte? Seid ihr irgendwie blöd, ihr Scheißkerle? Warte mal, haben wir nicht noch? Ja, aber natürlich nicht. Okay, einen zerschlückelt irgendwie aus unerklärlichen Gründen. Stirb, Oma. Stirb, stirb, stirb. Okay, die ist tot. Dann machen wir den auch fertig. Hallo? Auch tot. Okay. Den Kopf nehmen wir mit. Und ist... Links und rechts eine mit dem Knüppel auf die Schnauze mit den leichten Teilen deiner Freunde. Na toll, jetzt können wir den da nicht vermöbeln. Ähm, wir brauchen auch übrigens ein Feuer. Ähm, ich versuch das mal. Ob wir das so halbwegs hier drin bauen können. Dann gibt's halt nochmal eine mit der Hand. Das ist die Benimm-Hand. Die Benimm-Dich-Hand. Komm, benimm dich. Benimm dich, du. Sag du. Steht doch gleich wieder auf, ey. Gut, wir können anschein- Anscheinend würde das Feuer so halb im, äh, in der Hütte bauen. Okay, das ist ganz cool. Da kommt doch noch mehr. Das ist doch nicht wahr. Du kriegst die Hand ins Gesicht, du Arsch. Und du auch. Boah, wie viele sind das denn, ey? Das ist ja... Ich geb's euch mit der Faust. Oh, oh. Ähm. Ja. Bäm, in deine Fresse. Bam, und... So, jetzt könnten sie aber auch langsam mal verschwinden. Und, ähm, mit dem Arm kann man keine Eingeborenen töten. Wie mir gerade aufgefallen ist. Äh, wir haben noch nichts mehr, was die Ausdauer erhöht heißt. Wir müssen essen. Klappt das so auch? Ich hoffe doch. Ja, ja, ich weiß. Ihr seid alle da. Was ist denn hier los für ein Massenauflauf hier? Guten Tag. So. Jetzt ist hier aber mal Ruhe. Und Ruhe! Ruhe! Und Essen! So. Hier hängt irgendwo noch einer. Die lebt noch. Der lebt noch. Höp, da. Was ist denn? Ja, ja, ist klar. Das ist total einleuchtend. Das ist total einleuchtend. Und wir brauchen... Mal wieder Rüstung. Oh Gott. War das wirklich eine gute Idee? Keine Rüstung in Sicht? Doch Rüstung in Sicht. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Okay, und es sieht wahrhaft so aus, als ob die Bäume nicht mehr gespeichert, also nicht mehr resettet werden. Ach, Giftbären, na toll. Heißt, wir hätten eventuell ein Problem, wenn, ja, wenn wir einfach 5000 Kilometer laufen müssen, um die, um unsere Mauer zu bauen. So, Rüstung. Sehr schön, okay. Dann, ähm, weiß ich nicht, der gibt, glaube ich, Sticks, oder? Aber wir machen einfach mal weg. Wir brauchen Platz hier. Wir brauchen Platz. Und da schreien sie schon wieder, ey. Das ist doch nicht wahr. Und hier wird es doch nicht im Ernst schon wieder dunkel. Und es sind natürlich Sticks, ja. Pling. Pling. Naja, wenigstens ist der Baum weg. Okay, dann, ähm, schnappen wir uns erstmal den. Der lief hier so einladend rum. Dann hauen wir uns noch rein und dann fangen wir doch mal an, das Ganze hier irgendwie zu basteln. Wir machen es wieder nicht ganz so groß. Damit wir nicht so viel brauchen. Aber doch schon, ja, doch, so würde ich sagen. Jetzt sitzt das natürlich wieder. So. Und nach vorne bauen wir dann diesen kleinen Turm dran. Da bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. Aber das Gute dabei ist ja, wir können jetzt ja, die Sachen wieder löschen, falls ich Scheiße baue. Das ist der Vorteil. Ich hoffe mal, ich baue nicht allzu viel Scheiße und das wird, oh, das brauchen wir, da brauchen wir richtig viel. Hier kürzen wir das, warte mal, hier machen wir. Gerade gucken. Basic Wall, ähm, Dann bauen wir hier diese Ach, wenn er das ja mal... Genau, hier so. Dann machen wir das so und dann nach dort. Genau, dann wird das unser klitzekleiner Turm. und das bauen wir dann einfach Ähm... Einfach. Hm, einfach. Ach, bauen wir halt einfach... Ach, Scheiße, so da dran. Es ist echt eine Qual, manchmal hier den Mist da gescheit dran zu setzen. Genau. Nach... Na, wohl, ein Tor brauchen wir ja auch noch. So. Dann bauen wir dort die Tür. Dann haben wir da natürlich... Ja, ich hasse das so sehr. Das machen wir so... Oh je. Das machen wir so... Ja, da brauchen wir ordentlich Holz. Das dann so... Und dann... Äh... Äh... Einfach... So... Ich mach das extra so ein bisschen kleiner, damit wir da wirklich nicht... 5000 Folgen dranhängen. Und... Ich hoffe... Auch nicht... Dass uns da der neue... Oh, obwohl das ist schon ein bisschen zu publisch, oder? Obwohl es... Obwohl haben wir eigentlich hier vorne auf dem Vorplatz haben wir ja genug... Genug Platz. Dann... So... Und... Das passt natürlich nicht. Und dann hätte ich das eigentlich gerne... Och... Mann! Nein! Machen wir das nochmal weg. Machen wir einfach mal von... Hier aus... Hier aus... So... Und... Und... Dann einfach... Dann einfach... Okay, funktioniert wunder... Prächtig. Ach... Es ist einfach... Einfach furchtbar. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. So... Machen wir nochmal. Machen wir das Ganze ein bisschen ausladender irgendwie. Ich glaube, der ist einfach irgendwie hier so ein bisschen... Ach, jetzt. Ja! Wir haben es! Okay. Da guckt auch schon... Der ist auch schon der erste Schaulustige da drüben, der sich für unser... Wofür unser super Bauvorhaben interessiert. Sogar zwei. Das ist jetzt ja ganz... Ach, komm schon her, du. Blöder Lümmel. So. Haben wir hier einen schönen Haufen Leichen. Auch gleich wurde... Tür... Die Glatzenlady auch wieder da. Die ziehen wir erst mal an. Nein! Glatzenlady anziehen. Ach, das gibt's doch nicht. So. Jetzt... Reicht's dann aber langsam. Okay, dann baue ich hier schon mal den Plan hin für die kleine Erhöhung. Ich hoffe, das klappt so, wie ich das möchte. Ist das so? Können wir natürlich jetzt nicht durchlaufen, warum auch immer. Äh... Ne, noch ein Stück nach vorne. Hm? Ja. Das wäre perfekt. Ist so ein bisschen schräg jetzt, aber... Wird seinen Sinn erfüllen. Ähm... Ist mir das hoch genug? Könnten das Ganze natürlich auch noch... auch noch höher machen? Warte mal. Versuchen wir gerade was? Ach, funktioniert. Dann machen wir das... Nein, nicht so. Sondern... Na komm. So. Und dann da. Und das würde dann doch eigentlich ganz cool aussehen. Dann machen wir... Wenn ich es bauen könnte. Dann kann ich das nicht bauen. Hallo? Jetzt. Das könnten wir dann... Da drauf. Yeah. Ob das funktioniert? Dann bräuchten wir eventuell noch eins, was? Aber wir versuchen es erst mal so. Dann bauen wir noch eine. Würde ich gerne eine hier unten hinbauen, aber das funktioniert nicht. Warum hat er das jetzt da? Ich glaube, wir müssen das erst fertig bauen, um dann da vorne irgendwie noch was hinzusetzen. Warte mal. Ach, das ist echt nicht ganz so leicht. So. So. Zweit nach draußen. Wenn, dann soll das perfekt sein. So. Ja, akzeptabel. Dann bauen wir eins davor. So. Nee, ein Stück zu... Also viel zu... lang. So. Ja. Ja, ja. Oh, warte mal. Das müsste gleich schon... ...klar genau sitzen. Ja, so ist gut. Damit wir da nachher auch gut hochkommen. Dann. Ja, wunderbar. Das... Ja, doch. Doch, könnte gehen. Dann bauen wir... Kann ich mich hinlaufen? Scheiße. Bin ich da jetzt schon drauf, oder was? Okay. Ich könnte da also anscheinend irgendwie schon drauf. Gut, dass ich jetzt auch... ...kann mal... ...was sehe. Aber das müssen wir da irgendwie dann... Ja, genau. So drauf. Entschuldigung, ich bin etwas stiller, aber ich bin gerade am... ...echt am Morddenken. Gut, das eine Ding hier unten könnten wir uns ja eigentlich... ...sparen. Ja, da können wir auch. Dann machen wir noch eins davor. Okay, das geht zwar dann fast bis zur Hütte, aber... ...dann... ...dieses dort... ...oh mein Gott. Das weltbeste Pauprojekt, ja. So, warte mal. Ach, die müssen wir doch irgendwie schon mal hoch können, verdammt. Nee, glaub nicht. So, das würde ich eigentlich gerne ganz oben hinsetzen, aber ich glaube, für so weit reicht's dann noch nicht. Nee, das reicht noch nicht. Dann bauen wir erst mal eine Leiter davor, will ich mal behaupten. Machen wir die dort, dann da. Ja. Okay, die machen wir hier. Perfekt. Dann machen wir eine. Ja. Natürlich genau in diese Richtung. Das ist total toll. Ich würde sie eigentlich gerne drehen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Warum? Keine Ahnung. Machen wir das nochmal weg, dann... Ach, drehe ich das einfach mal so? Vielleicht ist es ja dann richtig. So. Dann die Leiter da drauf. Ja, dann zeigt sie in die Richtung. Okay, das ist irgendwie ein bisschen leicht umständlich. Aber auch nur ganz leicht. So, können wir die jetzt schon benutzen? Nee, ne. Okay, dann bauen wir als erstes die Leiter. Oh je, oh je, oh je. Das könnte echt spaßig werden. Aber sieht cool aus. Jetzt schon. Oh. Äh, apropos Spaß. Wir sollten was essen. Fällt mir dazu grad ein. Mal ganz nebenbei. Bei der ganzen Bauerei. Oder vielmehr Planerei. Gut, es gibt heute mal Hase. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir hatten letztes Mal noch mehr, ne? Wir hatten Federn und wir hatten auch Pfeile. Und irgendwie werden die Leichenteile auch nicht mehr angezeigt. Oh nein, ne? Nicht der Inventarpack. Bitte nicht. Bitte nicht. Warte mal, ich will mal gerade... Okay. Ja. Ja, toll. Der Inventarback. Schön. Das ist total super. Wir können noch aufnehmen, aber warte mal, ich will mal gerade... Brauchen wir hier auch noch irgendwo Sticks? Okay, Sticks haben wir jetzt keine mehr. Warum? Warum denn? Ach, Leute, ey. Warum ist der Inventarback da? Bin ich da der Einzige? Ich weiß es nicht. ich versuche mal gerade hier ins Dick aufzuheben. Die werden angezeigt, aber die Steine irgendwie nicht. Weil wir können ja keine mehr tragen, also sind... Ach, Mann. Warum? ist doch scheiße. Na ja. Was soll's? Inventar ist eh überbewertet. Ich würde mich da mal interessieren, ob, ähm... Weil wir hatten ja auch Müsli-Riegel und all so'n Blödsinn hatten wir ja auch alles. Und Fisch hatten wir glaube ich keinen mehr. Ich würde mich dann interessieren, wenn wir das aufheben, ob das dann wieder da ist oder nicht. Keine Ahnung. Das würde mich wahrhaft interessieren. Können wir ja gleich mal probieren. Dann gehe ich mal rüber ins eingeborene Lager. Da waren ja ein paar Koffer. Dann probieren wir das einfach mal aus. Oh. Entschuldige. Dieser Raum fällt. Dann machen wir noch einen. Und dann gucken wir mal bei den drüben. Denn es wird auch schon wieder dunkel. Ich hab zu lang gebraucht, um den Blödsinn hier zu planen. Na komm. Gut, dann sacken wir die erstmal einschnell. Oh, oh, no, no, no. Bevor es hier zu dunkel wird. Okay, dann bauen wir als erstes die Treppe. Und es wird ziemlich fix dunkel. Oh, das wird dauern, Leute. Das wird dauern. Aber ich denke, es wird sich wahrscheinlich lohnen. Weil das ist wahrscheinlich ganz spaßig. Ach, nein. Hier. Das. Das wollen wir bauen. Aber warte mal. Oh, nee, doch. Das können wir bauen. Mal grad gucken. Nicht, dass wir dann auf das fertige nichts mehr draufsetzen können. So, den schmeiß ich mal kurz. Jetzt geh ich hier hinauf. Obwohl, da haben wir ja schon eine Leiter. Dann müssten wir... Komm ich so da hin? Nein. Dann müssten wir da oben eigentlich noch eine Plattform hinsetzen. Äh, wo ist der hin? Bäumchen. Wo bist... Ach, Leute, ey. Das ist... Manchmal ist das echt nicht mehr witzig hier. Mit den ganzen Blödsinn, den man ab und zu wegschmeißt. Aus unerfindlichen Gründen. So wie jetzt. Jetzt haben wir nämlich hier auch schon wieder irgendwo... Sah zumindest so aus. Die Axt hingeworfen. So, da bauen wir Sticks und auch noch Bäume. Oh Gott. Oh Gott. Arschdunkel wieder. Wir könnten natürlich mal ein bisschen Licht vorne hinsetzen irgendwie. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, äh, bis die Eingeborenen hier wieder spawnen in ihrem Lager. So, das auch. Dann machen wir die Treppe. Oh Gott. Finch, da, Finch, da ist es im Wäldchen. So, das da. Aber man sieht wieder ein bisschen mehr als im vorherigen Patch. Nur unser Inventar ist wieder scheißverpackt. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Gut, solange es nur hoffentlich die Steine sind und wir den Rest wieder aufheben können, soll es egal sein, aber... So, jetzt mal kurz hier hochgekraxelt. Okay, da kommen wir noch nicht drauf, aber das sollte so ja irgendwie funktionieren. Dann brauchen wir die Plattform hier unten ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Das sieht zwar dann nicht so toll aus, aber die brauchen wir nicht. So, hier, die können wir auch schon bauen. Ja, die können wir bauen. Oder? Ne, da brauchen wir noch eine Leiter. Doch, doch, da brauchen wir noch eine Treppe, falls wir da noch eine... eine Etage drauf bauen. Kann man da so rüber gucken? Dann machen wir die so und dann können wir die da unten eigentlich auch wieder löschen. Also das... Nein, Scheiße. Haben wir jetzt das Richtige gelöscht? Ja. Wir haben das Richtige gelöscht. So, dann bauen wir da natürlich wieder falschrum eine Treppe hin. Da dreht sich mir dem Haren um. Und was ist jetzt los? Oh, Mann. Ich verzweifle hier gleich. Echt. Ja. Das ist jetzt hier ganz... ganz großartig. Genau. Da sollst du das hinbauen. So. Jetzt drehen wir das eine Ding schon mal. so dorthin. Dann sollst du dieses dort drauf bauen. Das muss gedreht. Also so. Das untere weg. Untere weg. So, jetzt gehen wir da hin. Dann nehmen wir hier die Leiter und setzen sie natürlich wieder so rum drauf, weil man das so nicht drehen kann. ja. Das ist also der Stand der Dinge. Das funktioniert total toll. Weißt du was? Echt. Das kotzt mich gerade richtig an. kotzt mich genauso gerade an wie die blöden Säcke, die jetzt hier schon wieder vorm Lager rumhängen und die wieder was von uns wollen. Obwohl wir nichts getan haben. Wir wollen nur friedlich hier irgendwie mal versuchen was zu bauen. So, jetzt essen wir erstmal und dann hauen wir den mal ordentlich auf die Schnauze da draußen. Tipp, 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 tipp. Komm schon. So. Freundchen. Komm her. So, der Erste. Tod. Der Andere flüchtet. Äh, ja, wir machen das, wir machen das glaube ich doch nur einstückig. das ist zwar vielleicht wirklich echt toll, das hier mehrstöckig zu bauen, aber das ist ja echt, das ist ja echt einfach nur eine Qual. Ganz in der Ernst. Das ist ja einfach nur eine Qual. So, dann dürfen wir natürlich da unten wieder hinbauen. Das baut er natürlich jetzt wieder ganz schön so, wie wir es nicht brauchen. So, ich drehe das Ganze nochmal, trotzdem vorsichtshalber. so. So. Oh Mann. Ich bin echt schlecht, dass ich das noch nicht mal gerade da irgendwie hinzimmern kann. Das wird doch schon wieder schief. Ich seh's doch. Gut, wäre gerade gewesen, aber ach, weißt du was, lenkt mich doch am Arsch, wir bauen das jetzt so. Dann passt natürlich hier unsere gebaute Leiter total toll dahin. Wir müssen das weiter nach vorne ziehen. Kann sich echt nur um Stunden handeln. Ich frage mich auch gerade, warum das jetzt hier nicht mehr passt. Ich frage mich wirklich gerade. Ja, ja, komm. Ich frage mich, warum passt das nicht mehr? Ach, Leute, ihr nervt. Echt. Geh mal sterben hier. Komm, du auch. So, zack. Komm, stirb. Okay, er ist tot. Der andere Humblemann ist auch tot. Warum passt das nicht mehr dahin? Ich bin mir sicher, wir hatten das hier. Wir hatten das doch so dahin gebaut. Wir dann noch eins. Okay, er baut er das natürlich gleich wieder da dran. Jetzt baut er es da an die Mauer. Ach, es wird immer besser. Das wird einfach nur toll. Dann machen wir das so. Genau, wir hatten zwei. Okay. Das sieht jetzt schon mal halbwegs wieder besser aus. So, dann müssen wir das. Da. Oh Gott. Da. 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 Da, da. Jo, das sieht jetzt nicht mehr ganz so schön aus, aber... Aber immerhin. Okay. Wir nehmen jetzt auch schon lange genug auf. Jetzt haben wir wenigstens schon mal halbwegs hier geplant. Wenn es fertig ist, sollte es ganz schick werden. Und da ist schon der nächste. Aber wir machen jetzt hier erstmal einen Schluss an der Stelle. Und sehen uns dann... hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lebend. Unter den, äh... Haufen von Eingeborenen hier. Also, bis denne. Tschüss.